Also die Schiene ist schief, die ist hier flacher wie an der Stelle, also es ist so eine schiefe Ebene und dann rollt dieser Wagen, der rollt dann runter und die Geschwindigkeit wollen wir messen. Das Klickenaufbau erkläre ich jetzt, das ist ein bisschen komplex, also dieser Eisenschuh wird auf die Lichtschranke gestülpt und dann passt diese Ecke, passt dann so unter die Schiene sehr schön drunter. Also aufpassen auf diesen Stecker, diese Lasche da immer schön rein und raus drücken, beim Ein- und Ausstecken, das ist nicht so, also bei diesem Ein- und Ausstecken, das ist etwas empfindlich. Oh, nicht vergessen hier irgendeine Blockade bauen, damit der Wagen dann nicht den Tisch runterrollt, ja, einstecken, fertig. Von den ganzen Zeiten, wir haben nur ein Delta T, weil wir in dem Fall nur mit einer Lichtschranke arbeiten. Die einfachste Formel der Physik, VSS durch T, liefert uns die Geschwindigkeit, ja T ist logischerweise dieses T. Jetzt, was ist der zurückgelegte Weg? Ja, also die Lichtschranke misst mit Delta T die Verdunkelungszeit. Wie lang war es dunkel? Und da sind wir ein bisschen grübeln über dieses S, verrate ich am Schluss. So, es geht bei dieser Geschichte um die Höhe, also hier habe ich die Höhe A1, hier habe ich die Höhe A2 und Höhenenergie wird auf Bewegungsenergie umgewandelt und deswegen wird hier gemessen. Ja, also entweder die, es ist egal, ob man die Höhe oder die Höhe misst, aber zweimal das Gleiche. Und dann hat man es, genau. Und jetzt ist nochmal die Frage, also V ist S durch T. Macht Pause, überlegt es euch, wie kriege ich das V, wenn ihr es echt noch nicht weiß. Dieser Balken hat ein Zentimeter Breite, ja und das ist der Weg, die Zeit, die Zeit messe ich hier. Den Zentimeter mache ich in Meter, 0,01 Meter und dann habe ich 0,01 Meter durch die Zeit und habe die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Okay.